Hallo liebe Community, willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben für euch kräftig neu eingekauft und zwar haben wir jetzt 15 Cabrios für euch schon vor Ort. Die anderen 15 sind in der Pipeline und in diesem Video zeige ich sie euch heute einmal ein bisschen. Und wenn ihr euch sie selber anschauen wollt, besucht uns einfach in der M-Steckerstraße 95 in Kloppenburg. Viel Spaß mit den Autos! Bis zum nächsten Mal.